Es ist crazy, das war ne geile Runde, ne? Ja, so scheinbar. Das war ne nice Runde. Hörst du das, Terce? Das hätte richtig geil Terce sein können, die Runde. Ja, die Runde war echt nice, ne? Wir haben gut gecleanet. Die fing echt stark an. Ja, Terce, vielleicht mit nem Boston-Kollegen gehabt. Ja, man verliert dann einfach, ne? Wenn die Votes aufs Meggie gehen. Ich bin sehr ruhiger, guter Autofahrer. Ich, ähm, fahr immer sehr entspannt. Bin sehr ruhig. Dann fahr doch, du Affe! Das war echt, also das war, das war echt, also von Smaggie und mir gespielt war das sehr, sehr gut, ne? Das Ding ist halt, wenn der Buzzer angeht, man muss voten. Und wenn dann die Shots auf Smaggie fliegen und das ist irgendwie schon einigermaßen begründet, dann fliegt der halt, ne? Das ist sehr, sehr stark hier in der Lobby tatsächlich, ne? Drei dunkle, zwei dunkle, ein heller. Drei dunkle. Da kannst du, da bist du halt am Arsch, ne? Das ist halt der Smaggie-Sass, ne? Der arme Kerl-Mensch. Ich wette mit euch, wenn die Shots da gegen Feine Katze oder, weiß ich nicht, oder Faru jetzt gegangen wären, wäre der nicht so schnell geflogen. Ja, weil auf Maloos waren trotzdem vier Votes, ne? Und es war schon einigermaßen schlüssig, aber auch ein bisschen sehr Tryhard, ne? Gespielt. Hallo, Axel Lottl. Eine dunkle, eine Sch... Oh, Junge, ich... Hä? Hä? Security Dunkel, der ist wahrscheinlich... Ja, der lebt. Mal los. Einiger Marschen. Alarm. Terste, ich werde wütend. Warum? Hallo, Lamalina. Es ist Items, ich bin verhext. Ich weiß nicht, ob das total int... Okay. Gut, ich habe Smaggie nämlich wenden sehen. Links zieh mich am Anfang der Runde. Und ich dachte mir, ich behalte es für mich, aber nachdem wir zweimal Sabotage waren, haben keine Leichen gefunden. Haut euch gerne in die Kanalwette rein, Freunde, ne? Jawohl. Wer waren jetzt, die die Links waren, Smaggie und? Smaggie. 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 Aber ich call nix. Ich glaube, Alex auch gerade wenden sehen. Da ist natürlich ungeschickt. Du wirst mich wenden sehen? Ja. Du kannst mich nicht sehen. Ich bin unsichtbar. Ich steh neben dir gerade. Ich steh an Simon Says. Du bist oben über mir im Wind gehöpft. Dann könnte aber Alex und Franz das Kleiner-Duo sein, ne? Wie komm ich da rein und sehen? Ich bin grad rein und sehen. Nein, stopp, nein. Vielleicht kann ich sein. Du standst grad bei mir und Jeff unten am Auto. Oder Wulschalk-Cleaner sein. Wulschalk-Cleaner sein. Wie komm ich denn jetzt in diese Situation? Ey, wie komm ich denn jetzt in diese Situation? Moment, ich hab grad Feine Katze wenden sehen. Ich hab mich auch wenden sehen. Ich bin der Einzige, der nicht wenden kann. Hast du dir einen wenden? Ich bin der Einzige, der nicht wenden kann. Die sind ungefähr eine Minute und die andere ungefähr 30 Sekunden alt. Oh, das ist gut. Die müssten beide in der Nähe von Electrical gestorben sein. Das spricht mehr für Cleaner und weniger für den Wulschalk, ne? Ja, genau. Dadurch sind auch zu wenig Kills gefallen, weil das war jetzt echt lange Zeit. Das Problem ist, wir haben jetzt keine Button mehr. Ja, ich hab Farou gewartet, der ist ja super sass. Also der Einzige, der links ist Maggie und mir, aber war halt Farou. Also ein Killer hat sicher einen Vokal im Namen. Franz, glaub ich auf jeden Fall, dass der entweder Wulschalkina ist, mit der Alex zusammen, eins von beiden. Aber Farou, ich weiß nicht, wie ich in die Gleichung komme, aber ich war nicht einmal die Runde in Electrical. Also ich hab eine Rolle, die mir das sagt. Fürs Cleaner-Duo kann ich Jeff und Kaioken rausnehmen. Ich kann mich fürs Cleaner-Duo rausnehmen. Ich würde halt jetzt einfach Farou rausnehmen. Ich kann die erste rausnehmen. Was? Nein, nicht Farou. Ich würde einfach Kaioken rausnehmen. Aber doch nicht Farou. Dalo, warum nimmst du Jeff raus? Achso, ich hab gesagt, ein Killer ist bestimmt. Er kann ja nicht beide sein. Verstehst du? Kann er nicht? Ja. Mit Schmorfling. So. Hallo Jumpy. Freunde, erstmal vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass so viele Leute noch bei Among Us dabei sind. Äh, dabei. Ich freue mich, dass so viele Leute noch bei Among Us dabei sind. Warum und Jeff? Ist ja beide nicht gemütet? Oh, jetzt weiß ich, was du bist. Äh, du musst Twitch mit Discord verbinden. Dann kriegst du den, ne? Isar, was war dein... Isar, was hattest du denn? Weil du noch nicht gegrüßt hast? Hä? Isar, ich hab dich doch schon tausend Mal heute gegrüßt. Hallo, Isar. Da meintest du sogar vorhin, du gehst nicht auf meine Frage ein. Was ist der Bait? Nein. Okay. Nein. Die Leiche liegt zwischen Camps und Reaktor. Ja, und ich hab dich zuletzt im Plan zu tun. Les wurde auch getötet und wurde gecleant. Hm. Ne, der wurde doch auch angezeigt, oder? Nein. Der wurde nicht angezeigt? Gecleant oder gefressen? Also... Aber eher gefressen, weil es denn jetzt zwei Kills in kurzer Zeit passiert. Aber das könnte ein Loverkill gewesen sein, maybe. Äh, musst du mal googeln, Absolotte, ne? Das geht eigentlich recht easy. Aber ich dachte doch, der wird ein Schakall. Bin ich auch noch? Dann denke ich aber eher, dass ich einen passiven Lover getötet hab. Ähm. Was? Ja. Wie bitte? Nee, das Ding ist halt, ich hab Alex mit Franz zugelassen im Reaktor. Genau. Und ich bin rausgelaufen, das ist keine fünf Sekunden her. Ganz genau, deswegen sag ich ja. Du hättest den Kill nicht gemacht, deswegen wird's der Passive sein. Ich renne aus dem Reaktor raus und der liegt da. Ja, Uwe, da war Lust wieder mit dem Gedicht, ne? Malheur ist das für den Kill auch safe. Oh, du brauchst aber ziemlich lange einen Reaktor. Du bist dann ernst. Du bist dann ernst. Bis dahin hast du gelaufen. Und Franz auch. Na, das dauert bei mir bis zu. Ich lauf einfach manchmal ein bisschen planlos rum. Das Ding ist, Vlesk ist ja auch die Person, die gefressen oder gecleant worden ist. Wenn wir einen Cleaner haben, dann wurde der gekillt und direkt gecleant. Und das ist dann der passive Lover gewesen. Hat irgendjemand Vlesk irgendwo gesehen? Müsste das nicht der aktive Klava gewesen sein, nach seiner Logik? Komplett so. Nein, weil Vlesk wurde ja getötet und gecleant. Ja, das bedeutet, da muss der Cleaner mit dazugelaufen sein. Also war er nicht der passive Lover, sondern der aktive Lover. Aber anders hätte ich vorhin aus dem Reaktor rauskommen müssen, weil Franz ist nach ihm an die 1 bis 10 Tage. Alle, die in der ersten Runde rechts waren, sind raus für den Kill. Für die ersten 2 Kills. Ah, ich will Therese aber nicht rausnehmen. Wer war alle am Anfang rechts? Das erste nicht. Äh, doch. Was? Ich krieg dich noch. Wieso denn? Was hast du so mit dir getan? Ich musste mir einen aussuchen, Baby, sorry. Der droht mich. Ich musste mir einen aussuchen. So, einmal die Reagenzgläser füllen. Ja, Dalu ist halt so ein bisschen sass auf mich, weil ich da in den so reingelaufen bin. Aber ich laufe ja manchmal einfach so ein bisschen planlos rum, ne? Alex ist hier. Oh, jetzt müssen wir hier weg. Ja, okay. Okay. Wie steht mit Dalu da? Können wir jetzt hier in Ruhe die Task eigentlich machen? Dalu ist da. Könnte Asones sein. Ja, renn. Ja, ja, ja. Ach Mensch, Dalu. Hä? Hab ich mich verklickt? Ey, der dürfte mich nicht bekommen haben, oder? Oder hat er mich doch bekommen? Ja, er rennt Chef hinterher. Ja, also Dalu könnte echt gut Asones sein, ne? Oder er faket den Asones, kann natürlich auch sein. Ja, er hat aber gute Vision, oder? Ja, guck mal, er rennt Kaioken hinterher. Ja, also entweder... Ey, er macht's halt übel aus. Also entweder er faket das. Entweder er faket das. Oder er ist halt wirklich Asones. Montags ist streamfrei, ja. Drei dunkle, dunkel, dunkel, dunkel. Hey, hey Storage. Wie wär's denn, wenn du mich mal am Arsch läckst? Der Sound. Hallo, Rigi. Hallo, Minifinity. Hallo, Minifinity. Oh, meine kroketten Scheiße! Ah, ähm. Meritzi, du bist echt ein asoziales Schwein. Ich hab grad den Pissstrahl abgewürgt. Bist du ein Ekel? Junge, ich war am Pissen. Ich hab den Pissstrahl abgekniffen, ne? Dado und Katze von da. Ich glaube, ich fehle Dado doch. Besser spät als nie, ne? Ja. Oh, die Runde geht aber schon echt lang. Hm, was könnte passiert sein? Ich weiß es nicht. Nee. Hallo, Gott. Malheureis! Malheureis ist die Witch. Wir sollten jetzt alle Malheureis voten. Malheureis. Ich bin ja, wir... Also, hier Malheureis im Schwein. Ich bin, ich glaube, Dado zu 100% mal ist Malheureis die Witch. Also, meine Rensch, stopp, 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 stopp. Malheureis ist nicht die Witch. Malheureis ist nicht die Witch. Malheureis ist ja wohl offen, dass die Witch Dado stand nicht einmal an mir dran ist. Also, wer sollte sonst sein? Ich hab ja reported. Malheureis ist 100% die Witch. Also, ich habe... Ich habe Dado auch nicht gesehen und Malheureis war sehr häufig bei mir. Ja. Auch längere Sekunden an mir dran. Malheureis, kommen wir jetzt... Es ist nicht Malheureis. Es ist Malheureis. Es ist Malheureis. Es ist Malheureis. Malheureis ist 100% Malheureis. Easy game. Malheureis wird gewodet. Easy game hier. Malheureis, du kannst dich selber wohnen. Malheureis, du kannst jetzt wirklich einfach aufgeben. Malheureis, du kannst jetzt wirklich einfach aufgeben. Ja. Es ist Ende. Also, ich war auch häufiger an der Cam und habe auch gesehen, wie Malheureis direkt immer umgedreht ist zu jedem, um dem hinterher zu rennen. Ja, ja, der ist die ganze Zeit bei wem gewesen. Malheureis hat einfach gut gejagt. Dado war gar nicht bei mir. Das sind die Momente, wo du es ein bisschen bereust, dass du dich als Swapper nicht selber swappen kannst. Er ist Swapper. Ja, das ist okay. Easy win. Weißt du, ich kenn jemanden, der noch was bereut und zwar Dalu, weil er dachte, er hätte jetzt damit die Runde geholt. Was? Ja, ich weiß auch nicht, ich war Dalu gewohnt. Hä? Aus Spaß? Ich dachte, jeder... Ach, es war Dalu? Ich dachte, Date ist, wenn man hörst. Wenn du gerade gewischt hattest, wärst auch einfach BM gewesen. Flesk, wo lagst du? Nirgends, ich war lange mit Faru. Ihr habt einfach random auf einmal Faru rausgewordet, der überhaupt nichts mitgemacht hat. Ja, war sehr funny. Bin ich gerade mathematisch zurückgeblieben? Was ist denn jetzt passiert? Warum haben wir verloren? Katze, du musst als Arsonist erst in die nächste Runde kommen. Ja, aber war die Runde vorbei. Wir waren sechs Leute, oder nicht? Es sind doch alle gestorben! Es sind alle gestorben! Es sind alle gestorben! Ja, da war das... Ja, da hätte ich dich vielleicht doch gegessen sollen. Da hätte ich dich vielleicht doch gegessen sollen, weil du war... Malheures war der Letzte, der mir gefehlt hat als Arsonist. Deswegen wollte ich ihn auch raushaben. Du warst... Ich hab dir gerne in die Runde gestorben. Jetzt verstehe ich das. Jaaa! Ich sag mal so, Faru, Faru, mach mal irgendwie Blame einfach ganz leicht jemanden so, ne? Sag mal irgendwas, was dir auffällt. Und dann redet Faru so 120 Sekunden vom Meeting so drüber, dass es unbedingt Franz sein muss. Und wird einfach gegessen, äh, rausgewordet. Ich war so perplex. Der war der Einzige, der den links gesehen hatte. Ne, das... Das Problem war... Das ist... Ich hatte mir mega die Story zurechtgelegt. Ja. Und dann kommt irgendwie die Kaioken her mit... Ey, da war nur Faru links und Smaggy. Ich hab' dich nur mal gesehen! Ja, aber... Smaggy war da überhaupt nicht. Smaggy war da überhaupt nicht. Smaggy war da überhaupt nicht. Doch, Smaggy war da übrigens nicht. Ich hab Smaggy nicht einmal links gesehen. Smaggy lacht! Und einen Daumen nach oben. Marek, danke für den Prime Sub. Freunde, danke fürs Zuschauen. Denkt dran, jeden Tag kommt ihr um 16 Uhr ein Video online. Tschüssi!